Moin, kommt rein! Wer von euch hat den besseren Style? Das ist fies. Ja, man muss ja von sich überzeugt sein. Das wäre ja Fake, wenn jemand was anderes hochhält. Wer von euch ist pünktlicher? Wir sind natürlich aber beide pünktlich eigentlich. Wer von euch braucht länger im Bad? Maxi ist halt extrem schnell. Ich brauche auch nicht extrem lange, aber Maxi ist halt viel zu schnell. Da habe ich keine Chance. Frage 4, jetzt wird es kritisch. Wer von euch ist der bessere Fußballer? Ich weiß, was du hochhältst. Wer von euch hat mehr Länder bereist? Eigentlich gar nicht so viel. Spanien, Griechenland. Das war es schon fast eigentlich. Maxi, wollen wir mal keinen Urlaub? Ich war nur in Deutschland. Wer von euch war besser in der Schule? Ich dachte, du wärst so gut gewesen. Ich bin eigentlich relativ schlau, nur ich war nicht gut in der Schule. Das ist natürlich schwierig zu deuten. Wer von euch läuft im Spiel mehr Kilometer? Und der nächste Punkt? Nächste Frage, sehr sportlich, statistisch basiert. Wer von euch hat in der vergangenen Saison mehr gelbe Karten gesehen? Mo, weißt du, wie viele es waren? Punkt für euch? Ähm, 5? 7 sogar. 7? Das glaube ich aber nicht. 6 Liga plus 1 Pokal. Ach so, Pokal. Und Maxi, du? Ich habe nicht mal 6 Spiele gemacht, oder? Eine gelbe Karte ist für dich mit 4. Ja, das stimmt. 2. Spieltag. Wer von euch musste häufiger den Tim-Walter-Balldienst machen? Punkt für euch. Wo hast du versagt, da bei den Spielen, oder? Ja, es gab eine Zeit, da war ich nicht gut drauf. Aber Maxi hatte, glaube ich, noch nie bei euch. Noch nie, ja. Oder? Ja, richtig. Wer von euch isst mehr? Nächster Punkt. Du Schwein, ehrlich. Das war eine schwierige Frage. Das liegt aber auch in der Größe, da muss mehr rein. Genau. Wer von euch isst mehr am Smartphone? Moritz hat ja selbstkritisch und nächster Punkt auch für euch. Maxi, erzähl mal. Du musst nur mal in unser Zimmer schauen, wirklich. Er ist immer am Handy. Oder am iPad. Oder am iPad, ja. Wer von euch ist besser bei FIFA? Nächster Punkt. Maxi Rohr, Ultimate-Teamspieler, oder? Ja, ja. Habe schon mal beim HSV E-Sports ausgeholfen. Brutal stark. Danke. Geht um Geschwindigkeit. Wer von euch isst schneller? Boah, stark. Nächster Punkt. Maxi Rohr, der schnellere Modobus auch, flinkt auf den Beinen. Ja, ist okay. Aber ich glaube, Maxi, der sagt immer, dass der der schnellste ist. Deswegen denke ich, dass er vielleicht schneller ist. Wer von euch würde länger auf einer einsamen Insel überleben? Und wieder ein Punkt fürs Team. Lassen wir mal so stehen. Jetzt schauen wir in die Zukunft. Wer von euch wäre der bessere Fußballtrainer? Kein Punkt fürs Team. Du wärst doch ein super Trainer. Nein, ich habe dir ja vorhin schon gesagt, ich wäre, wenn, dann Co-Trainer. Ja, du wärst Co-Trainer, aber das ist ein Trainer. Und ich? Ich wäre Zeugwart oder so. Du kannst alles. Wer von euch wäre ein besserer Stadionshow-Moderator? Auch eindeutig. Punkt für euch. Das war's schon? Ja, das war die letzte Frage. Das war sehr ordentlich. Mit dem Style, das kannst du nicht holen. Nee, dann musst du auch an dich selber denken. Ich bin hoch zufrieden. Ja, ich auch. Ich habe natürlich einen guten Teamkameraden. Von daher werden wir wohl gewinnen, denke ich. Mir fällt jetzt kein Duo ein, das uns schlagen könnte. Aber wir sind gespannt. Ich glaube auch nicht dran. Ich glaube, dass wir heute einen guten Job gemacht haben. Jetzt müssen die anderen nachlegen. Das ist, glaube ich, immer schwierig.